Ich bin der Gong. Macht euch bereit zur Synchronisierung. 4, 3, 2, 1, drückt, drückt, drückt. Ich bin der fette Gong. Hallo Leute, mein Name ist Toffee und ich spiele heute den Gong für euch. So fett wie ich hat noch niemand in meinem Leben gegongt. In meinem Leben vor allem. In eurem Leben hat bestimmt schon jemand richtig fett gegongt. Aber in meinem kann nur ich den Gong so richtig schön gongen. Okay, das ist deutlich besser. Ich muss immer nur mal wieder kurz auf den Gong drücken. Ich finde das Spiel sehr, sehr toll. Ja, also ich habe die einfachste Aufgabe. Das ist mir so... Ne, das ist... Nur den Gong zu drücken, finde ich super. Ich finde es gut. Okay, das Spiel ist fantastisch. Also, ne? Einfach mal fett den Gong schlagen. Hat mich wahrlich ganz tief in meinem Inneren berührt. Ja, also ich fand es auch ganz toll. Stellen wir die Kapelle noch einmal vor. Danke, danke, ja. Dankeschön. Während die Noten berechnet werden. Danke, danke Leute. Ich nehme den Preis gerne an. Gong des Jahres. Die Großposaune, Blubnana. Die Marschtrommel, Lisa. Nicht zu vergessen mit der Arschtrommel. Die ist es wieder was anderes. Publikumsliebling Gong. Hä? Wieso Publikumsliebling Gong? Hä? Ich bin doch... Ich habe auch den Gong gespielt. Wieso kriegt Mario dann den Publikumsliebling? Ich habe den ja wohl viel besser gegongt als er. Was ist das für ein unfairer Mist? Nuica muss Marschtrommel sein. Oh, oh. Dann muss ich jetzt den Gong drücken? Ah, jetzt. Dann muss ich das also merken? Du musst gar nicht drücken. Ich muss jetzt nicht mehr drücken? Ihr drückt doch auch noch, oder? Das haben wir eben gespielt. Ach, das ist quasi nur eine Wiederholung von gerade eben. Ach so. Okay, das ist von eben. Ich dachte, ich müsste dann nochmal drücken. Ach, siehste mal. Habe ich das erstmal gar nicht richtig verstanden. Ey, Alter. Ich habe so einen fetten, geilen Gong gemacht. Also das... Guck mal hier. Ich habe einmal besser gegongt als Mario. Seht ihr das? Also ich bin ja wohl Publikumsliebling Gong hier, ne? Was sind diese Brühwürmchen? Ich weiß es auch nicht. Wenigstens hatten wir unseren Spaß. Ich bin gefressen? Ich habe doch mal mega gut gegongt. Immerhin bin ich fünfter. Sieh mal einer an. Bravo. Dankeschön. 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 So. Wollen wir noch eine Runde machen? Äh, weil es so schnell vorbei geht. Wollen wir noch eine Runde machen? Komm, eine machen wir noch. Let's go. Eine machen wir noch. Mit einem neuen Lied. Und dann machen wir... Äh, machen wir ein Neulobby. Macht euch bereit zur Synchronisierung. So, jetzt, Leute. Jetzt wird musiziert, Leute. 4, 3, 2, 1. Drückt, drückt, drückt. Alter, da sind viel zu viele Noten. Aber das ist schwer. Oh Gott. Ich habe viel zu viele Noten hier. Ich gebe mir Mühe. Okay. Ich kann das nicht. Ich bin voll schlecht. Ich bin voll schlecht. Ich bin voll schlecht. Oh Gott. Ich kann das gar nicht. Oh Gott. Ich kann das gar nicht. Da habt ihr euch aber etwas ganz eigenes erspielt. Allerdings. Das war echt schlecht von mir. Ich war das Vibraphon. Oh Gott, war das schlimm. Ich hatte die ganze Zeit geschrien. Das war echt scheiße schwer. Komplett verkackt, Alter. Das ist mega schwer, das Spiel. Oh. Das ist am Handy. Also da habt ihr auf jeden Fall Heimspiel. Ich spiele jetzt gerade am PC. Ich müsste das jetzt eigentlich auf dem Handy mir nehmen. und das da ein bisschen spielen. Ich glaube, da geht das viel besser. Ich hatte so einen Schreiton. Musste mich totlachen. Was? Echt jetzt? Ich will auch einen Schreiton. Ich will auch einen Schreiton. Ach, ich liebe diesen Teil. Achtung, jetzt kommt unser absolut tolles, traumhaftes Ergebnis von Sorbon. Lisa geht voll ab, ne? Die kriegt voll die krasse Punkte. Oh. Fuck. Es hört sich ein bisschen schief an. Aber ein bisschen. Okay. 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 Oh Gott. Also ich war so schlecht, Leute. Ich glaube, ich bin letzter. Toffis Vogel sieht gestresst aus. Ja, nicht nur der Vogel. Ich war es auch. Was für ein Schreiton. Oh Gott, war das anstrengend. Gefressen. Alter, ich war... Ach, da. So hat sich das aber auch angefühlt. Alter, das ist nicht mein Spiel. Das ist wirklich nicht mein Spiel. Alter, war das schwer. Alter, war das schwer, ey. Ja gut, wir haben es mal getestet, ne? Ich war vorher dritter und jetzt siebter. Ja, es ist manchmal nicht besser, ein schwierigeres Instrument. Ich habe auf ein schwieriges genommen. Ihr seht es ja hier. Ich habe auf schwierig gespielt. Ja, hat wohl nichts gebracht. Ich wollte hoch hinaus, aber es hat leider nichts gebracht. Ja. Afterparty-Auszeichnungen, Leute. Jetzt kommt die Afterparty. Jetzt alle mal den After präsentieren. Die längste Kombo hat gemacht. Lisa! Herzlichen Glückwunsch für dich. Tolle Kombo hast du da gemacht. Herz des Orchesters, aber am ungenauesten. Bärensammler. Nächstes Mal ein bisschen genauer. Ja, ein bisschen genauer. Bären sammelst du doch auch ein bisschen besser. Und gewonnen hat Lisa! Herzlichen Glückwunsch. Der Vogel hat aber auch echt eine Ausstrahlung. Das muss man schon sagen. Und ich bin siebter geworden von allen. Tief drin im Dschungel, das Auge sieht sie kaum. Teilen sich zwei irre Spezies einen Lebensraum. Schatz, da bin ich Spaß an diesen Launen der Natur. Und was die beiden bieten, ist ein Todes-Tango pur. Hier werden die Vögelchen ihr Trell an Glocken rein. Doch die Gannen, die es hören, die stellen das Singen ein. Die Nachbarn, wenn die Pflanze hat, an Vögeln ihre Freude. Sie verspeist sowohl mit Switcher wie auch Switcher der Reizbeute. Ist das cool! Und du bist fein raus. Du, du, bring mich, versuch es mit Gefühl. Hau dein Leben und wenn Pflanzen schmau. Auf Chance aller Sorgen hat die Pflanze... Ja, echt gut, dass sie... Ja, ich find's auch cool. Also, dass so ein Song dann... Also, wie viel Mühe sich bei solchen Sachen gegeben wurde. Ich find das immer so cool. Ich feier sowas ja. Ich bin leider scheiße in diesem Spiel, aber es macht echt Spaß. Also, mir hat echt Spaß gemacht. Vielleicht müssen wir auch einfach nur reinkommen in das Game. Das kann auch sein. Aber bei diesen Schnelldrücken-Spielen, Reaktionsvermögen ist bei mir halt echt durch. Ich kann das nicht. Ich krieg das nicht hin. Wie gibt es den... Hey! Oh-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho! Oh-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho! Oh-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho.